Hi Freunde! Willkommen zurück ins Sovarium! Leider kommt diese Folge ein bisschen später, weil mein Aufnahmeprogramm rumgekackt hat. Und gerade bin ich nicht aus dem Spiel rausgeflogen. Irgendwie passt da immer noch nichts richtig. Und ja, wir sind in der Schule. In der Schule, wo die kleinen Kinder spielen. Aber hier nicht, weil hier... Hier ist alles bisschen... bisschen abnormal. Wo geht sie da hin? Hm, 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 oi. Sniper-Position. Suchen. Irgendwo, wo ich nicht gleich abgeknallt werde. Ähm, wie bedruckt man sich so? Halt. Das sieht man ja auch voll gut durch. Hm, hm, hm. Hinlegen kann ich mich wohl nicht. Nö. Scheiße, was? Hallo? Jemand da? Da ist hier jemand. Yeah! Der erste Kill des Tages. Der erste Kill des Tages. Hm, 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 hm. Ich sehe niemanden. Fliegt da was? Hallo? Kommt da denn jetzt bald mal jemand? Ich habe eine Sniper, ich kann nicht da rein. Ich habe auch eine Knarre. Ist da jemand gerannt? Keine Ahnung. Irgendwo wird schon jemand sein. Irgendwann mal. Oder auch nicht. Wie sieht es denn da drüben aus? Ja. Da können die mich zu schnell sehen, wenn ich da reinknie. Aufs Dach komme ich bestimmt nicht. Wie heißt denn der Amigo Kind? Ja, der alte Amigo. Oh. Ah, der Gegner. Nö. Warum? Pfff. Musst du mich so erschrecken, du, du Amigo? Oh. Oh. Na ja. Was ist denn das? Ich gehe in den Keller. Oh nein, da gibt es Giftgas. Immer dieses Giftgas hier. Ich gehe in den Keller. Oh nein, da gibt es Giftgas. Immer dieses Giftgas hier. Hallo? Jemand da? Ha! Mit der Knarre. Abgekillt. 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 Oh. Was ist das? Nichts gut, nichts gut. Huuu. Haha. Oh. 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 Ich darf mich nicht bewegen. Scheiße. Alles rot, außer der Kopf. Ah ja. Das sah nicht weiter. Doch. Der heilt sich scheinbar von allein. Das soll mir recht sein. Der liegt nicht entlang. Ah. Okay. Ach, da geht es wieder runter. Na ja. Was soll's. Auf Wiedersehen. Ups. Hmm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hey, 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 hey. Först. Von der erste daheimend. Oh, ich hab ihn gesehen und dann... War schon zu spät. Pech gehabt. Was passiert eigentlich, wenn ich da bin? Nichts. Schade. Da war's nicht. Wo war's denn? Wo war's denn da? 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 Ah, das war's. Wo war's denn? Oh. So. Tor ist er. Hm. Jetzt verschwitter der eine. Ehh. Da war doch gerade jemand. Wen knallst du denn da ab? Ach, ich sehe ihn. Oh. Der ist tot. Und ich auch. Ja, so kann es gehen. Aber ich glaube, zwei Missionen schaffe ich heute. So wie das aussieht. Ich weiß gerade nicht, mit welcher Tasche stehe ich da. Oh, ich kann sogar rennen. Mit X. Ja. Ich hab rausgefunden, wie man rennt. Da war doch jemand. Und jemand hat geballert. Und ich war es nicht. Das weiß ich sicher. Gut, so rennt man ja auch mit Umschalter und so. Na ja. 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 Das war mir klar. Wenn man rennt, dann wird man gekillt. Das weiß ich wenigstens, wo der hockt. Ungefähr. Höhe. Ich werde hier anlaufen. Ah, Statistik des Spiels wird berechnet. Yippie. Rechne mal schneller. Oh, nicht mal so schlecht. Was war das? Ping. Ping. Oder wie? Ping 50. Cool. Oh nein, das kann nicht sein. Je höher der Ping, desto weiter oben. Äh, ja. Egal. Ja, dankeschön. Tschüss. Überleben. Mission erfüllt. Mission erfüllt. Hier, jetzt geht's. Das fällt zu behaupten, mit Verhältnis der Totschläge und der Tote nicht weniger als 1.2. Interessantere. Ähm, weg. Gibt's noch so. Gegners pro Kampftöten. Also 7 Gegner in allen Kampftöten, das fällt zu behaupten ohne Diebstahl der Batterie von der Base. Also die anderen dürfen wohl keine Batterien wubsen. Oder ich nicht. Keine Ahnung. Batterien finden und nach in die Basis zurückbringen, ja. Ja. Hm. Laden. Was gibt's denn Neues im Laden? Das hab ich schon alles. Hier, Premium Zeugs. Ja, geht es überlebenden Hose des Überlebenden. Verbessert OTS 02 Kiparis. Ich sag, äh, das ist doch ne Sniper, oder? Äh, sieht mal so aus. Was gibt's denn für mich später noch? Für, äh, die haben... Da, da, das, das, das brauch ich irgendwann. Das hat ein schönes Scharfschützen-Zielvisier drin. Gibt's das überhaupt für mich? Hier, das da, das bin ich doch, oder? Hier, das, nein, das bin ich nicht, ich bin das. Äh, ja, gibt's auch was. Remington 700. Muschiger Veteran sein, wann das auch immer sein wird. Ein Streicher. Ähm, 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 ähm. Gut, Freunde, das war's dann für heute mal wieder. Und, wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.